Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach Elektrisch. Ja, Elon Musk hat heute Nacht getwittert, nämlich eine Besonderheit, er twittert ja häufiger mal, aber die Besonderheit ist, ihr habt es schon im Teaser gesehen, dass er das Tesla Supercharger Netzwerk öffnen möchte, auch für Fremdfabrikate, auch für andere batterieelektrische Fahrzeuge, die nicht von Tesla abstanden, um sich so im Prinzip allen Elektroautos zu öffnen. Dieses soll im späteren Verlauf des Jahres geschehen und dann Zug um Zug über alle Länder, wo es Tesla Supercharger gibt, ausgebreitet werden. Die Meldung als solches würde dieses Video natürlich enden lassen. Ihr habt es sicherlich auch schon über die einzelnen Social Media Kanäle etc. pp. oder bei meinen Kollegen gesehen, aber mir geht es in diesem Video nicht nur um die reine Botschaft, die ist ja schnell verkündet, sondern mir geht es mal generell um den Austausch. Wie seht ihr als meine sehr geschätzte Einfach Elektrisch Community plus die Gäste, die dieses Video schauen, diesen Zusammenhang? Also seid ihr dafür, dass Tesla das macht? Seid ihr dagegen? Wie seht ihr es vielleicht auch als Tesla-Fahrer? Respektive wie seht ihr es als Nutzer eines Elektrofahrzeugs? Ist für euch das Supercharger Netzwerk überhaupt interessant? Respektive welche Netzwerke nutzt ihr aktuell? Bringt es für euch eine Verbesserung auf der langen Strecke oder auch im täglichen Leben? Das alles möchte ich mal in diesem Video meine Sicht der Dinge besprechen, aber dann über die Kommentarfunktion primär auch mal mit euch in den Austausch zu kommen, dass ich einfach mal so ein Gefühl bekomme, wir sind ja inzwischen über 5.500 Abonnenten mit wesentlich mehr Zuschauern und da möchte ich mal ein Gefühl bekommen, wie seht ihr das eigentlich und möchte da mal eure Meinung gerne in den Kommentaren ablesen und mit euch mal meine Meinung, die ich euch hier in diesem Video verkünden werde, diskutieren. Und bevor wir das tun, schaut ihr bitte mal nach, ob ihr schon Teil der Einfach Elektrisch Community seid. Wenn nicht, würde ich mich freuen, wenn ihr dazu stoßt. Ihr wisst ja, ein Abonnement bei YouTube ist kostenfrei, aber nicht umsonst, damit ihr solche und andere Videos zukünftig nicht verpasst. Und jetzt steigen wir mal in die Thematik direkt ein. Und zur Chronologie gehört natürlich dazu, dass wir uns den Tweet noch mal schnell gemeinsam anschauen. Ich ihn für all die, die vielleicht nicht der englischen Sprache so gut mächtig sind, auch einmal übersetze. Ich zitiere den Tweet von Elon Musk sinngemäß mit der Übersetzung. Wir haben unseren eigenen Stecker entwickelt, da es damals noch keinen Standard gab und Tesla nur Elektroautos mit großer Reichweite herstellte. Es ist ein ziemlich schlanker Anschluss für das Laden mit niedriger und hoher Leistung. Das heißt, wir machen unser Supercharger-Netzwerk noch in diesem Jahr für andere Elektrofahrzeuge zugänglich. Dann gibt es eine Antwort eines anderen Twitter-Users, woraufhin dann Elon Musk noch mal geantwortet hat, das mit der Zeit, das in allen Ländern geschieht. Und das ist im Prinzip mal der Einstieg für uns, darüber nachzudenken, welche Auswirkungen hat es eigentlich. Und wenn ich mir unser Lade-Netzwerk, unsere Ladeinfrastruktur aktuell in Deutschland anschaue, insbesondere auf der Fernstrecke, da gibt es ja zu dem Tesla-Supercharger eigentlich keine Konkurrenz. Die Konkurrenz, die es gibt, ist vielleicht zum Teil Ionity, die im Aufbau eines solchen Netzwerks sich befinden und große Autokonzerne ja auch als Gesellschafter hinter sich verbirgen. Den traue ich es noch am ehesten zu, hier in Europa ein ähnlich flächendeckendes Netz aufzubauen, wie es Tesla mit dem Supercharger-Netzwerk getan hat. Und darüber hinaus gibt es natürlich ENBW und auch Allego, die auch schon sehr, sehr viel in die Ladeinfrastruktur investiert haben. Das wird nun aber vermeintlich, wenn man dem Tweet von Elon Musk vertrauen darf, und das kann man ja, auch wenn er manchmal was verkündet, was dann nach Elon-Musk-Time-Zeit dann etwas später geschieht, vielleicht ein halbes oder ein Jahr später oder anderthalb Jahre später. Aber es wird auf jeden Fall kommen. Und dann haben wir natürlich eine völlig andere Ausgangsbasis, weil wir zum einen natürlich die vorhandenen Netzwerke haben von ENBW, von Allego und weiteren Dienstleistern wie Ionity und, 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 plus das Tesla Supercharger-Netzwerk. Und wir haben natürlich durch das Tesla Supercharger-Netzwerk halt auch jede Menge Stalls, weil ihr wisst ja, dass Tesla gerade sehr, sehr massiv nicht nur die Karte schließt mit Standorten für das Tesla Supercharger-Netzwerk, sondern halt auch die vorhandenen Supercharger-Standorte erweitert, ergänzt, ausbaut, von V2 auf V3 upgradet oder zu V2 auf V3 noch ergänzend hinzubaut. Hier soll es ja auch ein Upgrade demnächst geben, wo dann die V3 Supercharger nicht nur 250 kW maximal im Peak können, sondern sogar 300 kW maximal im Peak und das bei einem 400-Volt-System. Chapeau, finde ich richtig gut, wie Tesla hier in Zukunft sein System erweitert. Und für alle die, so wie ich ja auch, die keinen Tesla mehr haben oder keinen Tesla hatten, sondern ein anderes Elektroauto einer anderen Marke, können dann natürlich auch die Supercharger zukünftig dann mal nutzen, wenn Tesla sie öffnet und wahrscheinlich wird es dann über die Tesla-App oder eine App geben, wo man dann im Prinzip einen Abrechnungstarif bekommt. Da bin ich halt auch gespannt, was Tesla macht. Geben sie sozusagen die 37 Cent aktuell, die Tesla-Fahrer zahlen, die kein Free Supercharging haben, einfach weiter und öffnen ihr Netzwerk, weil sie einfach Volumen und Kilowattstunden Ladevolumen generieren wollen. Oder machen sie es so wie Ionity, dass sie im Prinzip diesen vergünstigten Tarif, der 37 Cent nur für Tesla-Kunden möglich machen weiterhin und dann einen Aufpreis nehmen, wie Ionity das glaube ich ja auch macht, mit aktuell 79 Cent, beispielsweise noch am Supercharger 79 Cent verlangen. Oder bieten sie einen Travel-Tarif an, wo man eine monatliche Grundgebühr hat, um dann einen reduzierten Ladepreis zu haben. Das sind ja also die Fragen, die mit der Öffnung der Supercharger-Netzwerkes einhergehen. Wie funktioniert das? Gibt es vielleicht sogar RFID-Karten von Tesla? Möchte Tesla auch ein Roaming-Anbieter sein, dass man quasi mit seinem Tesla-Account auch vielleicht sogar bei EnBW oder bei Ionity oder bei Ionity oder bei Lego oder anderen Anbietern dann laden kann? Da bin ich einfach mal gespannt, ob Elon Musk nicht nur mit der Öffnung des Supercharger-Netzwerks auch so ein bisschen in den Ladestruktur, Roaming-Struktur eingreifen wird, weil es natürlich auch ein interessantes Geschäftsmodell ist. Elon Musk macht das ja nicht, weil er ein Wohltäter ist und die Elektromobilität fördern möchte, sondern ich vermute mal, so schätze ich ihn zumindest ein, dass er natürlich auch klare gewinnmaximierende Absichten hat, um dann natürlich auch über die Auslastung und den Verkauf der Kilowattstunden an seinen Superchargern auch an Fremdfabrikaten damit Geld zu verdienen. Und das ist ja auch völlig legitim. Und fairerweise muss man natürlich dazu sagen, dass Elon Musk auch seinerzeit angeboten hat, dass andere mit einsteigen können, mit investieren können in den Aufbau dieser Ladeinfrastruktur, es aber seinerzeit mal abgelehnt haben. Und umso ehrenhafter, das möchte ich ganz doll betonen, finde ich es heute, dass Elon Musk diese Größe hat, mit seinem dann wahrscheinlich vorhandenen Geschäftsmodell allen in der Elektroauto-Community die Möglichkeit zu bieten, sein fantastisches Supercharger-Netz zu nutzen. Ich finde, dass das natürlich ein absoluter Game-Changer auch ist, weil wenn ich mir vorstelle, die vielen, vielen weißen Flecken in Europa, auch im angrenzenden europäischen Ausland, können dadurch natürlich hervorragend geschlossen werden. Und man kann dann, wenn in Verbindung mit dem Tesla Supercharger-Netz, eigentlich dann auch mit jedem batterieelektrischen Fahrzeug europaweit komfortabel und gut reisen. Und das finde ich einfach sensationell. Und das schafft auch nochmal eine zusätzliche Attraktivität generell für die Elektromobilität. Bei den Tesla-Fahrern, insbesondere bei den Fanboys, die gerade auch mit der rosa-roten Tesla-Fanboy-Brille bestückt sind, die sind natürlich dagegen, weil natürlich ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal von Tesla verschwindet. Ich glaube, viele Tesla-Fahrer werden sich auch Gedanken machen, ob ihr Tesla ihr Elektroauto der Zukunft ist oder ob es nicht sogar jetzt Sinn macht, seinen Wunsch-Elektroauto einer anderen Marke, was man vielleicht vorher nicht gekauft hat, weil man eben nicht diese Ladeinfrastruktur hatte, zu wechseln. Also da liegen ja Chancen und Risiken meines Erachtens relativ dicht beieinander, weil natürlich jeder jetzt sagen wird, na gut, dann kann ich auch sinngemäß den Skoda Enyaq, den VW ID.4, den Audi Q4 e-tron oder den Hyundai Ioniq 5 oder den Kia EV6 kaufen. Ich habe jetzt einfach mal mehrere genannt, damit er mir nicht sagt, ich würde eine Automarke fördern holen, weil dann kann ich ja eh überall lagen, ob bei Unity, Allego, EMBW, jedem weiteren Anbieter und halt eben bei den Tesla-Superchargern. Das schafft Flexibilität, das schafft Dynamik und das steigert natürlich auch die Zuverlässigkeit, weil das muss man auch fairerweise sagen, die Tesla-Supercharger sind natürlich mega zuverlässig von den vielen Stalls, die überall gebaut sind. Klar gab es da auch mal zwischendurch den einen oder anderen, der vielleicht mal defekt war oder einer Reparatur bedurfte, aber es gab nie einen Standort meines Wissens nach, wo gar nichts mehr ging, es sei denn, da war irgendwie ein Stromausfall oder so. Und da muss man einfach die Zuverlässigkeit, der Tesla-Supercharger sind, glaube ich, unangefochten nach wie vor an erster Stelle und da glaube ich einfach, dass Tesla einen riesen Schritt macht, auch eine riesen Chance sich eröffnet, halt über Kilowattstunden, über monatliche Tarife und dann natürlich auch eine zusätzliche Einnahmequelle mit seiner guten Infrastruktur zu schaffen und das sogar weltweit. Und auch das wird sich, glaube ich, oder hoffe ich mal positiv auf den Aktienkurs und auf die Unternehmensentwicklung von Tesla auswirken. Die Frage ist ja generell bei Tesla, wo kriegt man im Prinzip Einnahmemöglichkeiten her? Wir wissen ja, dass die Elektroautosparte immer noch nicht so die gewinnbringendste, maximierendste Sparte wohl bei Tesla ist. Tesla macht ja viel seiner Erlöse auch dann natürlich über Zertifikatverkauf an Automarken, die halt nicht so viele Elektroautos zulassen, um sich da entsprechend die Strafen zu ersparen. Aber auch das ist natürlich so ein bisschen eingebrochen, dieser Markt des Zertifikatehandels. Warum? Weil inzwischen jede internationale Marke, eigentlich inklusive Toyota jetzt und auch Lexus, batterieelektrische Fahrzeuge anbieten, um so natürlich Zertifikatskäufe zu minimieren, selber genügend Elektroautos zu verkaufen, um dann im Prinzip da keine Strafzahlung zu erhalten. Und ich glaube, da auch gerade in diesem Zertifikatehandel ist sehr, sehr viel Bewegung reingekommen. Und das ist natürlich neben dem steigenden Aktienkurs auch einer der Quellen, wo Tesla natürlich seinen Wohlstand erst mal momentan her hat. Und da glaube ich schon, dass auch die Öffnung des Supercharger-Netzwerks als weitere Säule neben den vielen anderen Säulen im Softwarebereich, also FSD-Verkauf, Enhanced-Autopilot-Verkauf monatlich oder in fester Summe, plus vielleicht zukünftig noch irgendwelche Apps und Spiele dann im Infotainment-Bereich, da natürlich Einnahmen generieren kann und da auch zu einem wesentlichen Standbein von Tesla werden kann. Aber die Community ist halt höchst umstritten, die hat natürlich auch Angst. Gerade die Tesla-Fahrer haben dann Angst, dass sie vielleicht mal Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Bisher kennen sie es ja nur an High-Season-Tagen in den Ferienzeiten und zukünftig. Und wenn natürlich jedes Elektroauto dort laden kann, dann birgt sich natürlich so eine Angst in der Tesla-Community. Komme ich dann überhaupt sofort zum Zug oder habe ich da Wartezeiten? Gibt es Blockiergebühren? Werden die Supercharger-Stalls aufgeteilt? Die einen nur für Tesla, die andere auch für Fremdfabrikate? Das sind ja alles Fragen über Fragen. Wie löst Tesla das? Ich lese ja immer aktiv da auch als ehemaliger Tesla-Fahrer die Community-Beiträge, gerade im Social-Media-Bereich und im TFF-Forum. Und da ist natürlich gerade diese Öffnung höchst umstritten mit allen Vor- und Nachteilen bis hin, wie der Supercharger abrechnet, weil er ja quasi über das Auto kommuniziert und das Auto wohl die Abrechnungsstelle ist. Also wenn man sich so einen Supercharger mal plastisch anschaut, sieht der ja völlig anders aus als eine öffentliche Ladesäule für jedermann, die halt große Displays hat, Kartenleser hat, die man über eine App steuern kann, die mit dem Internet verbunden ist und, 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 und. Tesla hat da ja ein geniales System eigentlich entwickelt, wo sie halt vieles halt dann über die Software im Auto steuern können, auch die Verbindung des Autos zum Internet wohl nutzen können. Und auch da muss natürlich Tesla dann, wenn sie sich für Fremdfabrikate öffnen, da halt auch die Möglichkeiten schaffen, dass halt jeder Verbraucher dann halt auch den Supercharger nutzen kann. Wow! Chapeau Tesla, dass ihr euch öffnet! Ich finde das richtig klasse! Ich bin gespannt, wie ihr es tut, ob ihr den Tarif einfach weitergebt, den Tesla-Kunden zahlt, ob ihr separiert zwischen Tesla und Fremdfabrikaten, ob man einen Tarif abschließen muss mit einer monatlichen Grundgebühr oder mit unterschiedlichen Preisen, da bin ich halt total gespannt. Aber ich möchte an dieser Stelle auch mal herzlichen Dank an Tesla sagen. Ihr seid ja schon ein Vorreiter, ein Vordenker der Elektromobilität und dass ihr dieses Tesla-Supercharger-Netzwerk öffnet, finde ich, ist ein wichtiger, richtiger Schritt dann generell für die Elektromobilität und dafür herzlichen Dank, auch wenn ihr da sicherlich unternehmerische Absichten habt. Aber ich glaube, ohne Tesla wären wir heute in der Elektromobilität weltweit nicht da, wo wir sind. Und das gilt es auch mal zu würdigen und sich auch mal zu bedanken bei all der Kritik und konstruktiven Kritik, die man immer mal auch an der Marke und den Fahrzeugen von Tesla hat. Ja, ich würde gerne mit euch mal in den Austausch kommen, jetzt in den Kommentaren. Schreibt mir mal, wie ihr generell zu der Thematik steht, ob ihr dafür seid, dagegen seid, wie ihr denkt, dass Tesla das lösen wird mit Abrechnungen, mit Preisen, mit monatlichen Modellen etc. pp. dass wir einfach mal in so eine lebhafte Diskussion kommen, wie ihr im Prinzip die Sache beurteilt, damit ich daraus auch so ein bisschen für die Zukunft ableiten kann, was euch interessiert, wo wir mal so ein bisschen in die Tiefe schauen. Dann sei es bei Tesla Supercharger, Öffnung oder auch weiteren Themen, wie ihr generell die Elektromobilität seht, die Ladeinfrastruktur, was sich verbessern muss, was schon gut ist, ob ihr zukünftig auch bei Tesla laden würdet oder ob ihr in eurem Netzwerk bleibt oder wenn ihr natürlich auch Tesla-Fahrer seid, auch gerne konstruktiv kritisch, wie ihr zu der Öffnung steht, ob ihr es gut findet, schlecht findet, ob ihr jetzt die Marke wechselt, ob ihr bei der Marke bleibt und wie Tesla das halt generell löst, ob sie dann die Stalls unterteilen für Fremdfabrikate und für Eigenfabrikate oder ob es dann Staus gibt. Schreibt einfach mal eure Gedanken zu diesem Video zusammen. Ja, ansonsten bedanke ich mich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit, dass ihr dieses Video geschaut habt. Falls ihr es für gut befindet, würde ich mich freuen, wenn ihr es mit einem Daumen hoch bewertet. Falls ihr noch nicht Teil der Einfallelektrisch-Community seid, würde ich mich freuen, wenn ihr dazukommt, damit wir uns im nächsten Video schon alsbald wiedersehen. Ich sage herzlichen Dank nochmal. Bis bald, euer Olli. Tschüss. 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 Tschüss.